Also auf die Soße bin ich echt gespannt, weil da kann ich richtig ablästern. Wenn die nicht schmeckt, sage ich, was ist denn das? Gibt's doch gar nicht. Zurecht? Du machst jetzt hier mal deinen Buletten-Vivo und lässt dich hier. Ich mach dich hier. Du bist hier der Soßen-Zwen und ich hier den Buletten-Korsten.